Wir haben heute Abend unseren zweiten DB Accelerator in der Infrastruktur hier in der Mindbox gestartet. Die DB Accelerator bedeutet für uns, dass wir zehn Startups heute Abend pitchen lassen und daraus vier ausgewählt haben, die mit uns in den Accelerator in drei Monaten gehen werden. Von den zehn Startups, die heute gepitcht haben, hatten sich 60 beworben. Das heißt, wir haben eine ordentliche Vorauswahl getroffen und die zehn, die hier waren, das waren wirklich tolle Startups, richtig gute Startups und die vier waren die besten der besten. Wir hoffen uns, dass wir unser Produkt weiterentwickeln können, zusammen mit der Deutschen Bahn. Ich glaube, es wird sehr spannend. Alleine die Zusammenarbeit zwischen dem Startup und der Deutschen Bahn, wie man da so Anschluss findet, wie man da weiterkommt. Also es waren wirklich tolle Tage hier. Das Camp hat gestern super Spaß gemacht mit dem Coach. Wir haben viel gelernt und es spielt sich super an. Wir sind glücklich, auch den Sonderpreis gewonnen zu haben, weil wir einfach so die Möglichkeit haben, mit den entscheidenden Leuten, die in den Bahnhöfen verantwortlich sind, Kontakt aufzunehmen und mit ihnen Ideen zu entwickeln, wie wir unsere Packstationen dort aufstellen können. Ausatmen Untertitelung des ZDF, 2020